Schönen guten Abend zusammen, willkommen zur Pressekonferenz nach dieser Partie zum Abschluss des 21. Spieltages zwischen Bayer 04 Leverkusen und Mainz 05. Wir begrüßen beide Cheftrainer Bo Svensson und Xabi Alonso. Der Gästetrainer hat gerne das erste Wort. Dankeschön. Erstmal guten Abend an allen. Wildes Spiel, sehr, sehr viel los. Es ist schwer alles zusammenzufassen, ohne dass ich hier länger dann sitze. Deswegen muss ich einfach meiner Mannschaft heute ein Kompliment geben. Es waren natürlich Phasen, wo es sehr schwer war gegen eine Top-Mannschaft. Aber wir haben nicht aufgegeben, sind dran geblieben, auch in die schwierigen Phasen, haben das auch gemeistert. Und einfach sehr, sehr stolz auf diese Leistung. Auch die Jungs, die reinkamen, haben das gut gemacht. Es war ein enges Spiel, ganz klar, mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Hätte vielleicht auch ein anderes Ergebnis passieren können, aber wir sind glücklich, dass wir hier heute gewinnen können. Vielen Dank. Xabi, dann dein Statement bitte. Glückwunsch und Sonsi. Und ja, natürlich, wir sind glücklich, dass wir heute warten und wir wollen, nach der Liederlage und Donnerstag zu gewinnen. Wir waren bereit für ein intensives Spiel. Von Anfang an, natürlich, die nächste Elfmeter zu schießen, war ein bisschen wichtig. Das war sehr wichtig und danach, glaube ich, dass unser Verteidigungsniveau nicht gut war, besonders in unserer Stamfrau. So einfach das erste und das zweite Tor von Mainz. Und die zweite Halbzeit war ein bisschen beruhig. Wie viele Dinge, unsere Tore, die Elfmeter gegen uns, rote Karte, Schiri. Und ja, wir müssen bewässern, wir müssen besser beteiligen, mehr intensiv, mehr Konzentration haben. Und das ist unser Ziel für die Zukunft und für Europa und für die Bundesliga. Dann gerne Ihre Fragen an die Herren. Christian Krämer vom Kölner Stadtanzeiger. Frage an Xabi Alonso. Hätten Sie rückblickend die Startelf weniger massiv umgebaut, dass Sie Ihre Leistungsträger auf der Bank gelassen haben? Also Florian Wirtz und Jeremy Frenpong und Piero Hünkapi von Beginn an geschont haben Sie? Was? Kannst du das, bitte? Ja. In der retroperspektive... Ah, ja. Das ist die typische Frage. Es ist einfach, zu sagen. Nach den Ergebnissen ist es einfach, zu sagen, ja, ich war, ich muss mit ihnen spielen. Aber wir haben am Donnerstag einen großen Einzug gemacht. auch. Zum Beispiel Flo, er hat 19 Minuten gegen Hoffenheim, 19 Minuten gegen Monaco, fast 14 Kilometer gelaufen. Und wir wollen ihnen immer 19 Minuten, 19 Minuten, 19 Minuten, 19 Minuten, glaube ich, dass wir ihnen nicht helfen, zum Beispiel. So es ist, wenn wir haben zu viele Spiele, man muss entscheiden. Und ja, nach dem Spiel ist immer einfach zu sagen, einfach zu fragen, ja, und das war, glaube ich, das, was mit der Mannschaft, wir haben gespielt, wir können besser tun. Und das ist unsere Beantwortung, jedes Spiel bereit zu sein und jedes Spiel in diesem Niveau gut zu spielen. Roland Zorn, bitte. Schavi, wie zufrieden waren Sie denn mit Patrick Schick? Der hat ja wohl ein bisschen länger gespielt und machte ja so einen ganz dynamischen Eindruck, nicht nur wegen des Tors. Ja, mit Flo und mit Patrick Schick haben wir einen Plan, ja, natürlich eine lange Pause. Er kann nicht von Anfang an spielen, 19 Minuten, aber ja, wenn wir brauchen ihn, er kann 20, 13 Minuten, und ja, vorhin zu schießen war wichtig. Leider, dass es nicht die gute Gännis für uns geben konnte. Aber ja, von hier, wir warten, Patrick zu verbessern und uns zu helfen, wir brauchen ihn. Und ja, es war gut, nach der Liederlage ein positives Ding zu haben. Holger Schmidt von der DPA, bitte. Eine Frage an Herrn Svensson. Würden Sie sich schon festlegen, wer am Freitag im Tor steht gegen Mönchengladbach? Habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, Robin Sentner ist unser Nummer eins. Und Van Damme macht es sehr gut, hat es auch heute, nicht nur wegen gehaltenen Elfmetern, sehr gut gemacht. Es ist eine Luxussituation. Aber ich glaube, da würde ich erstmal nicht den Fokus legen nach diesem Spiel. Das können Sie mir in ein paar Tagen nochmal fragen, vielleicht. Bitte sehr. Frage auch an Bruce Svensson. Nach dem 2 zu 2 war so, also mein Eindruck von draußen, auch wenn man viele Spiele in der Hinrunde denkt, es war so eine Situation, in der das Spiel ja durchaus gegen euch hätte kippen können. Es war jetzt aber wirklich so, dass die Mannschaft eine sehr starke Reaktion gezeigt hat nach dem Ausgleich. Hat sich da was verändert? Ich weiß nicht, ob was verändert hat. Ich glaube, vielleicht haben die Jungs einfach realisiert, was die in der Lage sind zu leisten. Aber das ist nicht nur heute, es ist auch in der Union, wo wir verloren haben, fand ich auch, dass die Reaktionen da gut waren. Und ich fand auch Dortmund, also das ist jetzt über mehrere Spiele halt der Fall. Und ich fand auch, dass die Jungs, die reingekommen sind, Dominic Kor, Markus Singonsen, Silva und Aaron, hat unser Spiel positiv beeinflusst. Das waren einfach auch Spieler, die normalerweise auch mehr spielen und nicht zufrieden sind, auf der Bank zu sitzen. Und trotzdem zeigen die so eine Reaktion, um die Mannschaft zu helfen. Das ist sehr positiv. Philipp Ahrens, bitte, von der Bild-Zeitung. Herr Lunser, Sie haben mit Ihrer Mannschaft über Weihnachten und Neujahr ja fünf Spiele in Folge gewonnen. Jetzt sind es vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Wie ist diese Achterbahn, Rollercoaster? Was macht das mit der Mannschaft? Was macht das auch mit Ihnen? Ja, gerade wir können nicht Konsistenz finden und das ist ein großes Thema. Es ist nicht einfach zu erreichen, weil wir spielen in den Gegenden sehr gute Gegner, heute Mainz, auch Monaco. Aber ja, es ist ein Ziel und es ist sehr wichtig für uns, nicht immer die ganze Spiele zu spielen, immer bereit zu sein und nicht eine Rolle zu kosten. Wenn wir sind, kann das alles passieren. Und gerade müssen wir unsere Emotionen besser kontrollieren. Ich will nicht wieder zu viele Elfmeter machen, zum Beispiel Amin, zu viele Emotionen, keine Kontrolle. Und das Elfmeter war nicht Amin, ich spreche über die Mannschaft. Wir müssen diese emotionale Kontrolle haben, um eine bessere Mannschaft zu sein. Aber wir wollen nicht. Wenn ich hier kam, war es ein Rollercoaster und wir kontrollierten es ein bisschen besser. Wir waren mehr stabil und wir brauchen die Stabilität, um mehr Kontrolle über die Spiele zu haben. Christian Krämer nochmal vom Stadtanzeiger. Herr Alonso, wie erklären Sie das Abwehrverhalten nach den ersten beiden Gegentoren? Das erste war nach einem Einwurf und das zweite nach einem Schiedsrichterball? Ja, es ist ein Thema, es ist nach einem Einwurf, langer Ball, zweiter Ball in der Strafa. Wir waren nicht intensiv genug. Eine gute Mannschaft, die viele Spiele in der Strafa attackiert. Und wir wussten das. Und deshalb haben wir diese Konzentration, diese Mentalität zu verteidigen. Wir müssen das Leben verteidigen, um besser zu sein. Wenn wir denken, nur anzugreifen, wir werden gewinnen, das ist nicht Fußball. Das ist etwas, das wir bewirken müssen. Philipp Ahrens nochmal, bitte. Gleich nochmal eine Anschlussfrage. Sie hatten ja auch nach dem Spiel gegen Monaco gesagt, dass das gerade dieses Verteidigen, das war in Hoffenheim schon Thema, trotz 3-0-Führung. Dann wurde es alles ein bisschen weniger und auch immer wieder gefährlich. Jetzt habt ihr sechs Gegentore gehabt in zwei Heimspielen. Das kann ja nicht euer Anspruch sein. Ja, es ist sehr wichtig für uns. Jede Spieler, jeder Member von der Mannschaft, diese Verantwortung zu nehmen. Wenn wir zusammen helfen müssen, wenn wir uns die Kollegen und unsere Spieler helfen müssen. Zum Beispiel gegen Hoffenheim waren die letzten Minuten nach 3-0. Aber heute war das Spiel sehr eng. Und in diesem Moment muss unsere Konzentration auf dem höchsten Niveau sein, um sehr kompetitiv zu sein. Und wenn das nicht passiert, geht ein Tor gegen uns. Gibt es noch weitere Fragen? Frank Laschet, Radio Leverkusen. Eine Frage vielleicht an beide Trainer. Für die Zuschauer war es ein, glaube ich, komplett wildes Spiel. Das ist dann immer interessant für die Zuschauer. Ich glaube, als Trainer wünscht man sich sowas nicht. Ist das richtig? Wie sieht man das als Trainer auf der Bank, wenn es wirklich so ein vogelwildes Spiel ist? Ja, vogelwildes Spiel. Was heißt das? Ich fand, es war wild von vielen Aktionen, vielen strittigen Aktionen. Aber so wild, dass es nur hin und her ging und keine Systematik zu erkennen war, was Leverkusen versucht zu machen. Und was wir versucht zu machen, das habe ich klar erkannt. Also das ist halt Intensität dahin und viele Szenen und strittige Szenen, das macht halt das Wild. Und der Videoscherie wird eingeschaltet und so weiter. Aber ich fand für mich nicht, dass es war ein Spiel ohne Ordnung und ein Spiel ohne Idee. Weil das wird so ein bisschen implementiert in dieser Frage. Das war einfach hin und her. Es war schon sowohl von Leverkusener Mannschaft als auch von unserer Seite zu erkennen. was die beiden Mannschaften versucht haben zu spielen. Gibt es noch weitere Fragen? Offenbar nicht. 27.000 Zuschauer waren heute im Stadion. Dann gute Heimreise euch. Und vielen Dank fürs Kommen. Einen schönen Restabend.